Auf dem Preisschild des Medion Eraser P66020 prangen selbstbewusste 999 Euro. Dafür muss ein PC heute viel Ausstattung und ein hohes Tempo bieten. Kann der Aldi PC den Erwartungen gerecht werden? Computerbild hatte den Gaming-PC im Test. Design Optisch macht der Medion Eraser P66020 schon mal viel her. Der etwa 42 cm hohe Gaming-PC steckt in einem schwarzen Kleid. Die Front lässt sich per RGB-LEDs beleuchten. Klasse, an der Seite hat der Eraser eine Halterung, in der sich Kopfhörer-Mikrofon-Kombis bei Nichtgebrauch aufhängen lassen. Ausstattung und Leistung Als Antriebseinheit dient der Mittelklasse-Prozessor Core i5-8400 aus Intels aktueller Coffee-Lake-Reihe. Der hat sechs Kerne, die mit einem Takt von 2,8 GHz arbeiten. Dem Prozessor stehen 8 GB Arbeitsspeicher des schnellen Typ DDR4 zur Seite. Für die Bildwiedergabe ist eine mit NVIDIA GeForce GTX 1070 Chip und 8 GB GDDR5-Grafikspeicher bestückte Grafikkarte zuständig. Die SSD bietet ein Fassungsvermögen von effektiv 238 GB Speicher. Das ist nicht sonderlich viel. Aber der Aldi-PC hat noch eine Festplatte mit effektiv 932 GB Speicher. Unter dem DVD-Brenner bietet der Eraser einen Hotspap-Wechselrahmen für schnelles Nachrüsten. Auch auf der Hauptplatine befindet sich ein Einschub, in dem sich eine weitere M.2 SSD nachrüsten lässt. Zudem lässt sich dank freiem Steckplatz auch der Arbeitsspeicher vergrößern. Eine weitere Grafikkarte für den Doppelbetrieb per SLI-Modus lässt sich aber nicht nachrüsten. Medion hat oben gut erreichbar zwei USB 3.0 Anschlüsse eingebaut. Zudem gibt es hier Buchsen fürs bequeme Anstöpseln eines Headsets und einen Speicherkartenleser. Auch an der Rückseite kommt der Nutzer auf seine Kosten. Der Aldi-PC geht wahlweise per Netzwerkkabel oder drahtlos per schnellem WLAN-AC ins Netz. Und für den Datenaustausch mit Tablet-PCs oder Smartwatches hat der Medion Bluetooth in der aktuellen Version 5.0. Spiele zeigte er in Full HD bei voller Detailwiedergabe schön flüssig. Sollten 4K-Fans mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln spielen wollen, müssen sie für ein durchweg ruckelfreies Spiel die Detailwiedergabe etwas reduzieren. Trotz alledem liefert der Eraser sehr ordentliche 4K-Werte für einen PC dieser Leistungsklasse. Manko? Während im normalen Office-Betrieb der Aldi-PC im Test schön leise arbeitete, waren beim Zocken die Lüfter von Prozessor und Grafikkarte deutlich zu hören. Fazit Hohes Arbeitstempo Hohes Spieletempo Tolle Ausstattung Auch wenn der PC unter Volllast etwas laut wird, in der Summe ist der Medion Eraser P66020 ein guter Gaming-PC, den der Discounter zu einem fairen Preis anbietet. Tolle Ausstattung Tolle Ausstattung Tolle Ausstattung Tolle Ausstattung Tolle Ausstattung Tolle Ausstattung Bis zum nächsten Mal.